Bei diesem Video bist du wieder mit dabei und das finde ich richtig gut. Ich zeige dir heute wieder eine Schwarzkümmel-Anwendung in Kombination natürlich mit vielen anderen wirksamen Mitteln. In diesen Impuls-Videos geht es mir ja vorrangig darum, die Anwendung zu zeigen mit den gezeigten Mitteln und weniger darum, wieso, weshalb und warum ein Mittel eben so wirkt. Zuerst der erste Tipp für alle Migräneanfälligen oder jene, die welche kennen. Denn ich muss ja nicht immer selbst betroffen sein, von dem abgesehen, man weiß es ja nie. Vor allem kann man es dann ja auch den anderen weitersagen, die diesen Tipp eben brauchen könnten. Die Anwendung ist ganz easy-cheasy, so wie eine Kollegin von mir immer wieder gerne sagt. Und zwar massiere die schmerzenden Stellen sanft mit Schwarzkümmelöl ein. Alternierend dazu nimmt man einen halben Teelöffel mit Schwarzkümmelöl mit einem Löffel Honig täglich einmal ein. Das wäre es dann auch schon wieder mit der Migräne. Die ist dann hoffentlich bald weg oder zumindest erträglicher. Die nächste Anwendung betrifft Magenschmerzen. Auch hier wieder ganz easy-cheasy. Man trinkt ein Glas lauwarme Pflanzenmilch mit 10 Tropfen Schwarzkümmelöl und einer Prise Steinsalz. Kann man wohl auch etwas Steinsohle dazu nehmen. Und bei Magenverstimmung, Sodbrennen oder Verdauungsstörung trinkt man ein Glas heiße Pflanzenmilch gemischt mit einem halben Teelöffel Schwarzkümmelöl und einem Teelöffel Honig. Ja lecker, das klingt doch alles recht gut, wie ich meine. Ja und last but not least, wenn man sich einfach nicht gut fühlt, kaum aus dem Bett kommt und sich träge und schwach fühlt, dann trinkst du ganz einfach 10 Tropfen Schwarzkümmelöl mit einem Glas frisch gepressten Orangensaft. Jeden Morgen vor dem Frühstück. Das haut hoffentlich so richtig rein. Okay, den frisch gepressten Orangensaft muss man sich einfach antun. Aber warum nicht? Du bist es dir doch einfach wert, nur das Beste zu verdienen. Also presse dir den Orangensaft. Das klingt ja schon fast wie eine Werbung. Muss zugeben, ist es ja auch. Ich werbe mit diesen sehr einfachen und hochwirksamen Anwendungen, weil ich möchte, dass du weißt, was du für dich ganz einfach mit ganz einfachen Mitteln tun kannst, wenn du einfach die verschiedensten Symptome hast. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, tu was für dich vor allem jetzt. Beginne jetzt, tu es jetzt. Bleibe gesund, werde gesund, alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss und servus. Bis bald.